Okay, lass uns uns die Freude nicht nehmen lassen in allen Einschränkungen, ja in aller Bedrängnis. Wir müssen uns freuen, wir sollen uns freuen, wir dürfen uns freuen und wir können uns freuen in allen Lebensumständen. Das hat Paulus gesagt, als er im Gefängnis gesessen hat. Was hat er gesagt? Freut euch im Herrn und abermals sage ich euch, freut euch. Lass uns das nicht vergessen und Gott schenkt uns diesen Ostertag, um uns daran zu erinnern, dass wir einen Grund haben, uns zu freuen. Achso, Moske, darf ich abnehmen? Okay, gut, jetzt nehme ich sie mal ab. Wir haben allen Grund, uns zu freuen. Und irgendwie bei der Vorbereitung hat Gott mich darauf gebracht, dass ich heute mit euch ein Auferstehungszeugnis lese, was sonst oft nicht gelesen wird zu Ostern. Meistens liest man ja die Geschichte vom Ostermorgen, die Frauen, die zum Grab gehen. Das Grab ist leer. Maria, die dem Herrn begegnet. Die Emmaus-Jünger, die auf dem Weg Jesus sehen. Die Jünger, die sich eingeschlossen haben aus Angst, wo Jesus in ihre Mitte tritt. Wir wollen uns ein Auferstehungszeugnis anschauen und wollen die Worte hören eines Auferstehungszeugen aus einem ganz anderen, in einer ganz anderen Situation. Und zwar lesen wir in Offenbarung Kapitel 1 von Johannes. Johannes schreibt dieses Buch und fängt es an wie einen Brief. Er schreibt an sieben Gemeinden und wir werden jetzt das Kapitel 1 lesen. Nicht alle Verse, aber viele Verse von Kapitel 1 und wir starten in Johannes 1, Vers 4. Johannes, den sieben Gemeinden, die in Asien sind. Diese sieben Gemeinden sind Gemeinden rund um Ephesus herum, Asien, damit ist gemeint. Die Provinz Asien, das ist in der westlichen Türkei. Und die sieben Gemeinden sind einfach Gemeinden, die da drumherum waren. Und Johannes hatte eine Beziehung zu diesen Gemeinden. Die Zahl sieben ist natürlich aber auch symbolisch. Es bezieht sich auf alle Gemeinden. Sieben als die Zahl der Vollständigkeit. Und es sind Worte, die auch an uns, an unsere Gemeinde gerichtet sind. Und er fängt diesen Brief an, wie auch Paulus und Petrus, oft mit einem Friedenswunsch. Und so machen es die Juden bis heute hin, dass sie sich grüßen gegenseitig mit Schalom. Ich wünsche dir Frieden. Und dieser Friedensgruß, er geht ja noch tiefer, er geht ja noch weiter. Wenn wir das biblisch betrachten, dann ist darin eigentlich dieser Segenswunsch oder dieser Segen enthalten, den Gott seinem Volk gegeben hat. In dem Aaronitischen Segen. Den Segen, den die Priester auf das Volk Israel immer legen sollten. Der Herr sei dir gnädig und er schenke dir Frieden. Den Schalom. Und der Friede, das ist der Friede mit Gott. Das ist der Friede in Gott, in der Gemeinschaft mit Gott. Denn die Gemeinschaft zwischen Menschen und Gott ist zerstört. Es ist Unfriede da. In unserer Beziehung zu Gott ist Unfrieden. In der Beziehung der ganzen Welt zu Gott ist Unfrieden. Da ist kein Friede, sondern da ist Streit, da ist Trennung da. Wir Menschen sind von Gott getrennt. Und der deutlichste Ausdruck dafür ist der Tod. Gott ist das Leben und er hat das Leben geschaffen. Aber unsere Sünde trennt uns von Gott und die Folge von der Sünde ist, dass wir sterben, dass der Tod stärker ist als das Leben. Gott hat den Tod hineingegeben in diese Schöpfung, weil diese Schöpfung sich abgewandt hat von ihm und in Sünde gefallen ist. Und die Menschen regiert werden von der Herrschaft der Sünde. Aber Gott liebt seine Schöpfung. Er liebt uns Menschen. Deswegen möchte er uns seinen Frieden geben. Diesen Frieden empfangen wir aber durch Gnade. Deswegen zuerst die Gnade, dann der Friede. Die Gnade, die uns zukommt, nicht weil wir es verdient haben, sondern die Gnade ist geworden durch Jesus Christus. Er ist gekommen, um uns die Gnade zu geben, die Gnade zu vermitteln. Durch ihn haben wir Zugang zum Vater. Durch ihn haben wir Frieden mit Gott. Durch sein Opfer am Kreuz hat er Frieden gestiftet, Frieden gemacht, sodass wir nun den Frieden haben, der über alle Vernunft ist. Der Friede mit Gott, der uns so ruhig macht, so sicher macht, so gewiss, dass wir von Gott geliebt sind. Dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann. Die uns so ruhig macht, wie Jesus, den geliebten Sohn Gottes, der ruhig sein konnte im Sturm. Ja, der schlafen konnte mitten im Sturm. Dieser Friede Gottes hat ihn so erfüllt, dass er ruhig sein konnte, obwohl es um ihn herum getobt hat. Dieser Friede Gottes, der uns unabhängig macht von allen äußeren Umständen. Der Friede, der Jesus dazu verholfen hat, in seinem Leiden Menschen, die ihm Schaden zugefügt haben, zu segnen. Das ist der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Der Friede Gottes, der Paulus im Gefängnis hat ruhig sein lassen und ihn sogar sich hat freuen lassen. Der Friede, der Jesus erfüllt hat, auch in seinem Sterben, sodass er diese furchtbare Grenze für uns Menschen im Frieden überschreiten konnte und sagen konnte, in deine Hände befehle ich meinen Geist, Vater. Dieser Friede Gottes, das ist das, was wir uns wünschen gegenseitig. Gnade und Friede. Gnade und Friede von Gott. Denn aus mir heraus habe ich nicht Gnade. Ich habe keinen Frieden. Aber von Gott geht Gnade und Frieden aus. Von Gott ist mir Gnade geschenkt worden und Frieden geschenkt worden. Und durch Gottes Geist in mir kann ich anderen Gnade und Friede wünschen, Gnade und Friede zusprechen, Gnade und Friede bringen. Durch Gott, aus Gott heraus. Und Johannes schlüsselt das ein Stück weit auf. Er nutzt die Gelegenheit, um von Gott zu sprechen. Der Heilige Geist leitet ihn dazu, hier von Gott zu sprechen. Wer ist dieser Gott? Von welchem Gott kommt denn dieser Friede? Von welchem Gott kommt diese Gnade? Es ist der dreieine Gott. Von dem hier die Rede ist. Johannes spricht von dem, der ist und der war und der kommt. An sich schon eine Dreierformel sozusagen. Aber hier ist vor allen Dingen Jahwe gemeint. Der Ich bin. Das ist die Bedeutung dieses Gottesnamens. Der Gott Israels. Der Vater. Der ist und der war und der kommt. Und ich finde es interessant, in welcher Reihenfolge das hier steht. Es spricht von dem, der ist. Von dem lebendigen Gott. Der gegenwärtig ist. Gott, das ist das Erste und das Wichtigste. Gott ist kein toter Gott. Gott ist nicht der Gott der Vergangenheit. Gott ist auch nicht ein Gott, der irgendwann in der Zukunft mal auftaucht. Nein, er ist der lebendige Gott, der jetzt hier gegenwärtig ist. Immer. Heute. Jetzt in dieser Minute. In der nächsten Minute. In der nächsten Stunde. Heute Abend. Morgen früh. Er ist Gott und er ist da. Und er ist für uns. Heute. Jetzt. Aber er ist auch der Gott, der war. Der vor allem, was gewesen ist, schon da war. Der vor allem Anfang war. Er ist der Gott, der alles geschaffen hat. Der Schöpfergott. Er ist der Gott, der in der Vergangenheit gewirkt hat. Er ist der Gott, der Gericht über diese Erde gebracht hat in der Flut und Noah und seine Familie gerettet hat. Er ist der Gott, der Abraham erwählt hat und seine Nachkommen, der sich ihm offenbart hat. Er ist der Gott, der Israel erwählt hat. Der Gott Israels. Er ist der Gott, der sein Wesen, sein Charakter offenbart hat durch die Propheten. Er ist der Gott, der sich offenbart hat in Jesus Christus. All das ist gewesen. Und er war es. Und er war die ganze Zeit über da. Und er wird kommen. Er ist der Gott, auf den wir warten und der kommen wird. Der das Ganze vollenden wird, was er angefangen hat. Das ist Jahwe, der Gott, der ich bin. Und von den sieben Geistern, da lese ich zwei Verse aus dem Jesaja 11. Das Wesen Gottes ist nicht nur, dass er der ich bin ist, der Schöpfergott, der Vater, der ist, der war und der kommt, sondern auch Gott ist Geist, sagt Paulus. Jesus sagt es auch. Jesaja 11. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Da spricht Jesaja über den Messias, über den Christus. Den Nachkommen Davids, wo das Königshaus Davids abgeschnitten ist, wo es keine Könige aus der David-Linie mehr gibt in Israel. Aber da kommt aus diesem Stumpf, aus diesem abgeschlagenen Baum, kommt ein kleiner Spross hervor. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Das sind diese sieben Geister. Es sind die sieben Eigenschaften des Heiligen Geistes, des Geistes Gottes. Das meint Johannes hier, wenn er von den sieben Geistern spricht. Auch wieder die Vollzahl sieben. Es ist der Geist Gottes. Gott ist Geist. Und von diesem Geist wird uns die Gnade und der Frieden vermittelt. Von Jahwe, dem der ist, der war und der kommt, in dem Segen Abrahams. Der Herr sei dir gnädig. Jahwe sei dir gnädig. Er schenke dir Frieden. Aber auch vom Geist Gottes kommt Gnade und Friede. Er ist der Geist der Gnade. Er vermittelt uns diesen Frieden. Durch ihn ist die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen. Er schenkt uns diesen Frieden in uns. Er vermittelt uns die Gnade, der Geist der Gnade. Vers 5 von Offenbarung 1 und von Jesus Christus. Also hier wird die Dreieinigkeit uns vollständig vorgestellt. Jahwe, der Gott Israels, der Vater, der Heilige Geist. Und Jesus, der Sohn Gottes, der Christus, der König. Und jetzt wird Jesus hier uns vorgestellt als der treue Zeuge. Der Erstgeborene der Toten und der Fürst, der Könige der Erde. Auch drei Beschreibungen, die uns hier gegeben werden. Der treue Zeuge. Das bedeutet, er ist treu gewesen. Von Anfang bis Ende ist er Gott treu gewesen. Er ist ohne Sünde. Das ist das, was wir am Mittwoch gelesen haben. Er hat geschrien am Kreuz. Es ist vollbracht. Es ist vollendet. Das Ziel ist erreicht. Er hat sein Leben geführt im Gehorsam gegenüber dem Vater. Von Anfang bis zum Ende. Er ist treu geblieben. Wo wir alle untreu gewesen sind, ist er der Treue. Er ist treu geblieben bis zum Ende. Er ist der treue Zeuge. Was heißt Zeuge? Er hat Gottes Liebe treu bezeugt. Von Anfang bis Ende. Er ist das Ebenbild des lebendigen Gottes. Wir eigentlich waren wir alle dazu berufen, Zeugen des lebendigen, wahren Gottes zu sein in dieser Welt. Aber wir sind es nicht. In unserer Sünde sind wir nicht treu. Und dadurch geben wir ein verzerrtes Bild von unserem Schöpfer wieder. Aber Jesus ist der treue Zeuge. Er ist das Ebenbild des lebendigen Gottes. In ihm kannst du den Vater sehen. So hat er das gesagt. Wenn du mich siehst, siehst du den Vater. Er ist der treue Zeuge. Dann wird uns gesagt, dass er der Erstgeborene der Toten ist. Und das spricht von der Auferstehung. Schon das alte Testament. Die Propheten haben davon gesprochen, von der Auferstehung, die kommen wird. Am Anfang, nach dem Sündenfall hat Gott den Tod verhängt über die Menschen. Die Menschen sind getrennt von Gott. Ihre Beziehung zu Gott ist tot. Und dann geht ihr Leben irgendwann zu Ende. Und das ist auch gut so. Dann hat auch die Sünde irgendwann ein Ende. So sagt Gott es am Anfang. Wenn der Mensch jetzt auch noch vom Baum des Lebens ist, in diesem Zustand, in dem er ist, dann wird die Sünde kein Ende haben. Nein, sie muss ein Ende nehmen. Diese Zerstörungswut, diese Gewalt, diese Boshaftigkeit, diese Lüge, diese Untreue. Sie muss ein Ende haben. Und darum hat unser Leben ein Ende. Aber Gott liebt uns. Gott liebt uns Menschen. Er ist traurig. Er ist traurig über unseren Zustand, über unseren elenden Zustand. So zornig er über die Sünde ist und so sehr, so wichtig es für ihn ist, dass diese Sünde, wie gesagt, nicht ewig wird. So sehr hängt sein Herz doch an uns. Und er möchte nicht, dass wir mit der Sünde verdammt werden. Sondern er möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Deswegen hat Gott seinen Sohn gesandt, damit wir erlöst werden von der Sünde. Dass wir gerettet werden von der Verdammnis. Und das zeigt sich auch darin, dass wir, die wir Staub sind und zu Staub werden, dass Gott hinab sich gebeugt hat, nein, sogar hineingekommen ist in den Staub, sich selbst in den Staub begeben hat, selbst zu Staub geworden ist. Und das ist die Auferstehung von den Toten. Wo die Menschen zu Staub geworden sind, sollen sie wieder leben. Und er ist der Erstgeborene, er ist der Erste, der diese Auferstehung erfahren hat. Warum? Weil er konnte nicht im Tod bleiben. Denn er hatte den Tod nicht verdient. Er war doch der treue Zeuge. Er ist gerecht geblieben sein ganzes Leben über. So hat er nicht den Tod verdient. Er ist trotzdem, hat er sein Leben ausgehaucht. Hat sein Leben in den Tod gegeben. Warum? Für dich und für mich. An meiner Stelle, an deiner Stelle, an unserer aller Stadt, hat er den Tod geschmeckt, hat er den Tod auf sich genommen. Aber er konnte dort nicht bleiben. Gott hat ihn auferweckt. Er ist auferstanden. Er hat den Tod überwunden. Denn er ist gerecht, ihm gebührt es zu leben. So sagt Paulus es. Er war gehorsam bis zum Tod. Bis zum Tod als Verbrecher am Kreuz. Darum hat Gott ihn erhöht. Und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Deswegen ist er auferstanden. Weil er der treue Zeuge ist, der Gerechte. Er sollte auch der Erste sein, der aufersteht von den Toten. Denn ihm gebührt diese Position, der Erste zu sein. Aber dass er der Erstgeborene ist, heißt, dass er nicht der Einzige ist. Und so lesen wir das in 1. Korinther 15, das, was Stefan vorhin vorgelesen hat. 1. Korinther 15, Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Tod. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Und das ist eine Offenbarung des Heiligen Geistes, die Paulus hier hat. Und der Gedanke von der Auferstehung, wie gesagt, den findest du auch schon bei den Propheten. Aber dass es eine Reihenfolge gibt, dass es eine Abfolge gibt, dass zuerst Christus aufersteht, dann eine andere Gruppe und dann wiederum eine weitere Gruppe. Das lesen wir hier, das lesen wir auch an anderen Stellen im Neuen Testament. Hier sagt Paulus, es gibt eine spezielle Ordnung, eine spezielle Reihenfolge. Der Erstling Christus. Dann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Was ist das? Wann ist das? Paulus spricht in 1. Thessalonicher 4, Vers 13 davon. Es gibt diesen Tag, wo Jesus kommen wird für seine Gemeinde. Für die, die ihm gehören, die an ihn glauben, die ihr Leben in seine Hand gegeben haben, die ihn als König angenommen haben, die sein Opfer am Kreuz für sich angenommen haben. Die Kinder Gottes, die aus dem Geist geboren sind. Sie werden auferstehen an dem Tag, wo Jesus wiederkommt. Und die, die noch leben, sagt Paulus, die werden verwandelt werden. Denn dieser Körper kann so nicht in die Ewigkeit kommen. Aber Jesus ist auferstanden und hat einen Körper. Das ist ein besonderer Körper. Der ist nicht wie unser Körper. Und doch ist er so ähnlich wie unser Körper. Denn er sah aus wie ein Mensch. Und trotzdem war es ein ganz anderer Körper. Und das Wichtigste, was Paulus sagt uns über diesen neuen Körper ist, er ist unvergänglich. Er wird nicht vergehen. Und Johannes sagt uns, da gibt es keinen Schmerz mehr. Kein Tod. Dieser Körper wird nicht mehr sterben. Wir werden diesen Körper empfangen in der Auferstehung, die dann geschieht, wenn Jesus wiederkommt. Es betrifft aber nicht alle Menschen an dieser Stelle. Die, die Christus gehören. Dann kommt ein weiteres. Dann. Dann das Ende. Und die genauere Abfolge kann man dann in der Offenbarung zum Beispiel lesen. In Offenbarung 20. Also es gibt eine Abfolge von Auferstehung. Es gibt eine Auferstehung zur Rettung und zur Herrlichkeit in Christus. Es gibt aber auch eine Auferstehung zum Gericht. So sagt uns die Offenbarung das am Ende. Für diejenigen, die Christus nicht angenommen haben. Also, Jesus ist der Erstgeborene der Toten. Wir dürfen im Glauben an das Wort von Jesus, wo er gesagt hat, Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. So können wir mit Zuversicht, mit Hoffnung auf diesen Tag zugehen. Wir wissen, wir werden alle unsere Geschwister wiedersehen. Wir werden miteinander vereint sein. Denk an diejenigen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Denk an diejenigen. Doris, der Hohres, Bona, aber noch viele andere, die vielleicht in der letzten Zeit oder vielleicht schon länger verstorben sind. Jeder von uns kennt ja welche. Wir werden vereint sein zusammen. Wir werden einander wiedersehen. Aber wisst ihr was? Die größte Freude wird nicht sein, dass wir uns wiedersehen, sondern dass wir unseren Herrn sehen. Das wird die größte Freude sein. Von Angesicht zu Angesicht. Wir werden ihn sehen. Er ist der Erstgeborene der Toten. Aber wir werden ihm nachfolgen. Gott wird auch uns auferwecken. Er wird uns einen neuen Leib geben. Wenn wir sterben, dann kommen wir schon in die Gegenwart Jesu. Unsere Seele wird ewig leben, wie wir das gesungen haben. Aber wir werden einen neuen Körper empfangen in der Auferstehung der Toten. Das ist alles sehr mysteriös und sehr geheimnisvoll und sehr schwer zu verstehen. Aber lest mal 1. Korinther 15, wenn euch das Thema interessiert. Da könnt ihr eine Menge darüber lesen. Wir gehen zurück in Offenbarung 1, Vers 5. Der Erstgeborene der Toten und der Fürst, der Könige der Erde. Wisst ihr, er ist der Fürst, der Erste, der Könige der Erde. Er ist der König der Könige. Jesus hat gesagt, als er auferstanden ist in Matthäus 28, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und wir haben uns darüber Gedanken gemacht vor einigen Wochen in den Sprüchen. Der Herr lenkt die Herzen der Könige wie Wasserbäche. Er ist in Kontrolle. Er hat alles in seiner Hand. Er ist der mächtige Herr. Alles geht über seinen Thron. Er sitzt zur Rechten Gottes. Und jetzt geht Johannes über zum Lobpreis. Und das ist der Grund, warum er Jesus als Letzten nennt. Er will uns hineinführen in die Anbetung Jesu Christi. Und das ist auch ein Teil der Offenbarung. Johannes geht es darum, dass wir sehen, dass das Lamm Gottes auf dem Thron sitzt. Derjenige, der sich hingegeben hat am Kreuz für uns, dass er der König der Könige ist. Dass ihm alle Ehre gebührt. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Auch wieder drei Dinge, die Johannes hier hervorhebt. Dem, der uns liebt. Nicht dem, der uns geliebt hat, sondern dem, der uns liebt. Es ist nicht wunderbar, dass Jesus auferstanden ist und lebt und uns jetzt in diesem Moment liebt. Und das ist nicht einfach nur ein Gefühl, was er für uns empfindet. Eine Empfindung, die er für uns hat. Sondern das ist ganz real. Seine Liebe ist ganz real. Er ist uns zugewandt. Er betet für uns. Er sieht uns und ringt, kämpft einen geistlichen Kampf für uns. Er sendet uns durch seinen Heiligen Geist ständig und immer wieder Zeichen der Hoffnung, Zeichen der Ermutigung. Er spricht durch seinen Geist in unsere Herzen hinein, um unseren Glauben zu stärken. Er versorgt uns, er stärkt uns auch bis ins Leibliche hinein. Tag für Tag erhält er uns das Leben. Er liebt uns gegenwärtig. Jesus lebt und er liebt uns. Und er hat uns von unseren Sünden erlöst. Das ist etwas, was geschehen ist. Es ist vollbracht. Unsere Sünden sind gesühnt. Alle Sünden unserer Vergangenheit, der Gegenwart, der Zukunft, gesühnt am Kreuz von Golgatha. Und er hat uns erlöst aus der Macht der Sünde und hat uns an sich gezogen. Durch sein Blut, was er vergossen hat, zur Vergebung unserer Sünden. Und er hat uns gemacht zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Er hat uns gemacht zu, hier steht eigentlich das Wort Reich, Königreich. Er hat uns gemacht zu einem Königreich. Wir sind Teil seines Königreiches, des Reiches Gottes. Wir sind schon dabei, wie wir vorhin gesungen haben. Wir sind Bürger seines Reiches. Himmelsbürger. Nicht mehr Deutsche, nicht mehr Iraner, nicht mehr Spanier, nicht mehr Amerikaner. Wen haben wir noch hier alles? Chinesen, Guatemala, bist du Deutsche inzwischen? Ja, genau. Gibt es alle nicht mehr? Himmelsbürger sind wir. Gehören alle zu einem Reich, haben alle einen König und Herrn, dem wir nachfolgen, dem wir dienen und dem wir erwarten, dass sein Reich sichtbar wird, dass es das Reich ist, was die ganze Erde umfasst. Und er hat uns zu Priestern, seinem Gott und Vater gemacht. Du bist ein Priester, ich bin ein Priester, du bist eine Priesterin. Du dienst Gott priesterlich, du tust Fürbitte, du betest ihn an, du dienst ihm in deinem Alltag, in der Liebe, in der Hingabe, auch an deinem Nächsten. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn er hat uns dazu gemacht. Jetzt springen wir in Vers 9. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitteilhaber an der Bedrängnis und am Königtum und am Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu Willen. Also Johannes hat das irgendwie mit der Zahl 3. Er nennt da immer drei Dinge. Hier sagt er, ich bin euer Bruder und Mitteilhaber. Johannes ist unser Bruder. Und er hat Teil an dem, was er hier nennt. Wir haben auch Anteil an dem, was er hier nennt. Am Königreich, ja, am Königtum, da freuen wir uns. Teil des Reiches Gottes zu sein. An der Herrschaft Gottes teilzunehmen. Wir werden mit ihm regieren, wenn wir geläutert sind, wenn wir gereinigt sind, wenn wir umgestaltet sind in sein Ebenbild. Dann können wir mit ihm regieren. Und jetzt können wir das noch nicht. Aber das Erste, was er nennt, ist die Bedrängnis. Die, die zu Jesus gehören, sie haben Bedrängnis. In dieser finsteren, antichristlichen Welt haben sie Bedrängnis. Und Johannes sagt, ich habe das, ich erlebe das auch. Diese Bedrängnis, die hat Jesus erlebt. Wenn wir zu ihm gehören, werden wir es auch erleben. Und an seinem Reich. Und am Ausharren. Denn das müssen wir. Geduldig sein. Ausharren. Warten. Aushalten. Geduldig sein. In dieser Bedrängnis. Und Johannes hat es heftig erlebt. Er war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Er hat das Wort Gottes verkündigt. Er war ein Verkündiger, ein Prediger des Wortes Gottes. Und er war ein Zeuge Jesu, ein Auferstehungszeuge. Er hat bezeugt, dass Jesus, der Sohn Gottes ist, der gestorben ist. Er hat gesehen, wie die Lanze in seine Seite gestochen wurde, am Kreuz, als den anderen die Beine gebrochen wurde, wie Wasser und Blut rausfloss. Er ist der Zeuge, dass dieser Jesus gestorben ist, dass er begraben wurde und dass er auferstanden ist. Er hat den Auferstanden gesehen, wie in Lukas uns beschrieben wird. Jesus hat vor ihren Augen gegessen. Er ist aber durch eine geschlossene Tür hineingekommen. Und weil er das Wort Gottes verkündet hat und weil er das Zeugnis von der Auferstehung Jesu mutig bezeugt hat, ist er gefangen genommen worden und auf diese Insel verschleppt worden. Und musste das aushalten. Aber wisst ihr, gerade in diesen Leiden entsteht vielleicht eine Haltung, eine innere Haltung, die uns dazu führt, mehr von Gott zu erkennen, zu erfahren, als das, was wir erkennen und erfahren, wenn wir nicht in Bedrängnis sind, wenn es uns gut geht, wenn wir locker und entspannt auf unserem Sofa die Füße hochlegen. Denn hier steht, ich war an des Herrn Tag im Geist. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass er in einer Haltung war, in einem Zustand, erhöhter geistlicher Wahrnehmungsfähigkeit, will ich das mal so ausdrücken. Er war fähig dazu, Gottes Wort in tieferer Weise zu hören, zu verstehen, Gott in tieferer Weise zu hören, zu begegnen. Und dann sagt er, ich hörte hinter mir eine laute Stimme, wie von einer Posaune. Eine laute, durchdringende Stimme. Diese Posaune oder Trompete, das ist ein Signalinstrument, ein Instrument, ein Instrument, was zum Angriff ruft oder zur Verteidigung, also zum Krieg, durchdringend, alarmierend, aufrüttelnd, überwältigend, die Aufmerksamkeit auf sich ziehend. So hat Jesus zu ihm gesprochen. Diese Stimme hat er gehört und hat gemerkt, boah, was spricht hier zu mir? Wer oder was spricht hier zu mir? Und dann steht Vers 12, ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie die weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges scharfes Schwert hervor und sein Angesicht war wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Wisst ihr, in den Evangelien lesen wir nichts davon, wie Jesus aussah. Aber Johannes gibt uns hier die Beschreibung des Auferstandenen und es ist eine ganz merkwürdige Erscheinung. Auf der einen Seite wie ein Menschensohn, also etwas, was du erfassen kannst, was du fassen kannst. Da steht ein Mensch und dann doch, wenn er in die Details geht, sind das Dinge, die du nicht richtig fassen kannst. Wenn du es malst, denkst du, das sieht ein bisschen wirre aus irgendwie. Aber so ist es bestimmt nicht gewesen, wie du dir das irgendwie mit deiner Kinderzeichnung hinzeichnest. Es drückt ja auf jeden Fall etwas aus. Es wird damit etwas ausgesagt. Jesus offenbart sich und er sieht diese Dinge und sie sprechen zu ihm. Da ist erstmal dieses Gewand, was bis zu den Füßen reicht. Es ist ein Gewand eines Herrn. Es ist nicht die Kleidung eines Arbeiters oder eines Soldaten oder eines, es ist das Gewand eines Herrschers mit diesem goldenen Brustgürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Das spricht davon von seiner Weisheit. Er sieht aus wie ein alter Greis, aber nicht, dass er irgendwie schwach wäre oder ja, irgendwie so ein Tattergreis, sondern die weißen Haare sprechen einfach von der Weisheit, von seinem ewigen Wesen. Er ist allwissend, weise und rein und seine Augen wie eine Feuerflamme. Das spricht über diese Augen, die alles durchleuchten, die alles durchschauen, die auch ja, auch sein Richter sein. Er ist ja der Richter. Er richtet nicht nach dem, was er hört, sondern er sieht hinein ins Herz. Er deckt alles auf mit seinen Feuerflammen Augen. Vor ihm ist nichts verborgen. Und dann die Füße wie glänzendes Erz. Es ist es ist jetzt nicht hier steht als glüten sie im Ofen, nicht, dass sie glüten, sondern, dass sie glänzten, als ob sie glüten. Also der Glanz war so heftig, so stark wie Erz das im Feuer glüht. Und dieses Erz, das ist Festigkeit, das ist Standfestigkeit, das sind die Füße, die aus Erd sind, aus Bronze. Sie sind stark, fest. Er ist treu, er steht fest, er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und dann seine Stimme wie Rauschen vieler Wasser, eine weitere Beschreibung, nicht nur diese Trompete, sondern wie ein Wasserfall, als wenn du an den Niagara-Fällen stehst. Ohren betäubend, machtvoll, seine Stimme ist machtvoll. Und das drückt auch das Schwert aus, was aus seinem Mund herauskommt. Seine Waffe ist nicht, hat er nicht in der Hand, sondern seine Waffe ist das Wort. Das Wort, was alles durchschneidet, durchtrennt, was das Falsche vom Richtigen trennt, das Böse vom Guten trennt, was klar ist. Und dieses Wort geht aus seinem Mund hervor und wird am Ende diejenigen richten, die sich gegen ihn stellen. Und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft, die Herrlichkeit, die von ihm ausgeht, das Strahlen seines Gesichtes. Man sagt ja auch, wenn einer einen so heftig anlächelt, du strahlst. Aber dieses Strahlen wie die Sonne, du kannst das gar nicht anschauen, so viel Wärme, so viel Liebe, so viel auch Reinheit und Heiligkeit und Schönheit geht von ihm aus, du kannst da gar nicht reingucken. Und Johannes kann auch gar nicht hineingucken. Er kann diesem herrlichen, auferstandenen, nicht sich ihm entgegenstellen und sagen, hoi Jesus, cool dich zu sehen, wie du so bist, so auferstanden. Bist ja echt eine coole Nummer hier. Wie machst du das? Kann ich das auch irgendwie? Nein, diese machtvolle Erscheinung des Auferstanden, es wirft ihn nieder. als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Gott möge uns das schenken, dass wir den auferstandenen so sehen, dass wir ihn anbeten und dass es auch sich niederwerfen vor ihm. Dass uns bewusst ist, dass es der Herr ist, dass ihm gegeben ist, alle Macht, alle Weisheit, alle Heiligkeit. Er ist der Mächtige. Wisst ihr, wir haben am Mittwoch uns den Gekreuzigten angeschaut und Paulus sagt, ich habe euch Christus als den Gekreuzigten vor Augen gemalt. Aber wisst ihr was, wir brauchen auch das Bild des Auferstandenen in uns. Zu wissen, dieser mächtige Herr, der den Tod überwunden hat, der alle Gewalt hat. Und hier steht es so schön in Vers 17. Als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot und er legte seine Rechte auf mich. Er hat ihn nicht nur gehört, er hat ihn nicht nur gesehen, nein, er hat es auch gespürt, die Hand auf seinem Rücken. Und es ist die Hand der Liebe, der uns liebt. Und in seiner Liebe spricht er zu Jannis, fürchte dich nicht. Hab keine Erste und der Letzte und der Lebendige und ich war tot. Und hier haben wir das Zeugnis des Auferstandenen aus seinem eigenen Munde. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Ich bin der Herr über den Tod. Dieser mächtige Herr ist für mich, er ist für dich. Und wenn Gott für dich ist, wenn der Herr der Herren für dich ist, dieser mächtige Auferstandene, wer oder was kann dann gegen dich sein? Lass uns auf ihn schauen. Er hält die sieben Sterne in die Hand. Das sind die Boten, die Leiter der Gemeinden, der sieben Gemeinden. Er wandelt zwischen den sieben Leuchtern. Denn er ist hier in unserer Mitte. Wir sehen ihn nicht. Er ist durch seinen Geist hier gegenwärtig. Aber er kann uns auch durch Johannes schenkt er uns diesen Blick auf ihn, den Auferstandenen, den mächtigen Herrn. Er ist auferstanden, er hat den Tod überwunden und er hat die Schlüssel des Todes in der Hand und der auferstanden ist von den Toten. Du hast uns erlöst durch dein Blut am Kreuz. Wir preisen dich und beten dich an. Du hast uns deine Gnade und deinen Frieden geschenkt, die uns fähig machen in dieser Welt dir treu zu bleiben, so wie du treu geblieben bist. Danke Herr, dass du uns niemals loslässt. Danke, dass du uns deinen Geist gibst, der uns befähigt dazu, dir treu zu sein und auszuharren und auszuhalten wie Johannes. Danke für den Blick auf dich, auf den Auferstandenen, der du der Herr bist über alles, der du mächtig und weise bist, der du voller Kraft und Stärke bist, der du heilig und gerecht bist, aber auch gnädig und barmherzig. Danke Herr, dass wir dich kennen dürfen und wir wollen dich anbeten, mehr und mehr dir die Ehre geben und uns freuen über das, was du uns geschenkt hast, dass wir Teilhaber deines Reiches sein dürfen. Ja, bitte bewahre du das in uns. Das, was wir gehört haben, lass es groß werden in uns, lass uns darüber nachdenken in diesen Tagen. Danke Herr, für deine Auferstehung. Amen.